Seid vorsichtig, Freunde. Der Verräter verweilt im Hof direkt vor uns. Akama, euer falsches Spiel überrascht mich nicht. Ich hätte euch und eure missgestalteten Brüder schon vor langer Zeit abschlachten sollen. Wir sind hier, um eure Herrschaft zu beenden, Illidan. Mein Volk und die gesamte Scherbenwelt werden frei sein. Gewagte Worte. Und doch bin ich unbeeindruckt. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Geht euren Ängsten nach. Ihr wisst nicht, was Macht bedeutet. Spucht den Ratz von 10.000 Jahren. Wer möchte nun meine Klingen schmecken? Spürt die Flammen von Atsinat. Geht euren Ängsten nach. LЕV. W créer coordinates und pausen. Seid. Suche,ğіз przylaty! Und ich glaube, es ist ein Travonet. Beig! Wer möchte nun meine Klingen schmecken? Wir haben so viel Zeit verschwenden, Sterbliche, und wer wird jetzt bekommen? Er zittert vor der Macht des Dämonen! War's das schon Sterbliche? Ist das alles, was ihr zu bieten habt? Ihr Zorn ist nichts im Vergleich zu den meinen Illidan! Wir beide haben noch eine Rechnung offen! Maiev, wie kann das sein? Endlich ist meine lange Jagd zu Ende! Heute wird die Gerechtigkeit obsiegen! Das ist für Naisha! Blutet wie ich geblutet habe! Jahrelang habe ich auf diesen Moment gewartet! Illidan und seine Schoßhunde werden sterben! Dieses Mal gibt es kein Gefängnis für euch! Oh, es ist vollbracht! Ihr seid geschlagen! Ihr habt gewonnen, Maiev! Aber die Jägerin ist nichts ohne die Beute! Ihr seid nichts ohne mich! Ja! Ihr habt recht! Ich fühle nichts! Ich bin nichts! Nichts lebt wohl, ihr Helden! Ich höre nicht! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020